Ein Bild hat mehr Macht als tausende von Worten. Und deins wird um die ganze Welt gehen. Wie war deine Schicht? Hast du schon Feierabend? Ja, ich bin sogar in der Nähe, am Flughafen. Hey, bring mich hier weg! Fahr! Los, bring mich hier raus! Und auf diesen Aufnahmen der Überwachungskameras können Sie sehen, dass die drei Terroristen kurz vor dem Anschlag... Es waren zwei Explosionen, nicht drei. Naja, vielleicht hat bei einem der Sprengstoff nicht gezündet. Oder er ist ausgestiegen und lebt noch. Die nächsten zwei Stunden sind die entscheidenden. Es gab einen Anschlag. Der Vater geht nicht ans Handy. Der Sprengstoff sieht nach TATP aus. 22 Einheiten. Und die Bewegungssensoren sind außerdem noch mit einem Blinklicht verbunden, das rot leuchtet. Wir können unmöglich die Bilder eines Zivilisten erlauben, der durch das Zentrum von Madrid läuft. Noch dazu mit einer Bombe, die jederzeit hochgehen kann. Das ist ein großer Fehler. Was ist das für ein Spiel? Man kann dich jetzt überall sehen. Geh nicht auf. Komm Kids, los geht's, los geht's! Das ist das für ein Spiel, los geht's.